Hallo, ich bin Jewel Hudson. In diesem Video werde ich einen Überblick über Sitzungen in der Webex-Veranstaltungsplattform geben, einschließlich der zu tun, bevor Sie beginnen, und das Hinzufügen und Verwalten von Sitzungen. Die Sitzungen sind vielseitige, informationsreiche Elemente in der Agenda der Event Hub und das Rückgrat vor dem Check-in vor Ort. Zu den Sitzungen, die zu einer Agenda-Funktion hinzugefügt wurden, geben Sie den Teilnehmern im Event App Zugriff auf einen Sitzungsplan, Live-Streams, Sitzungsinformationen und Inhalte sowie links zu verwandten Funktionselementen. Wenn Sie mit dem Check-in für die Sitzung vor Ort verwendet werden, können Sie das persönliche Sitzungscheck verwalten, die Teilnahme zur Vergabe von Weiterbildungskredits, die Beliebtheit der Sitzung und vieles mehr verfolgen. Konfigurieren Sie die folgenden Elemente, bevor Sie das Ereignis hinzufügen. Wenn Sie eine Ereignis-App verwenden, fügen Sie eine Agenda-Funktion hinzu. Wenn Sie Tracks verwenden, um Sitzungen zu kategorisieren, richten Sie die Tracks ein. Fügen Sie für persönliche Veranstaltungen die Standorte der physischen Veranstaltungsort hinzu, an denen während der Veranstaltung Sitzungen abgehalten werden. Jetzt ist es Zeit, der Veranstaltung Sitzungen hinzuzufügen. Klicken Sie in der Event-Navigationsleiste auf Sitzungen, um die Seite der Sitzungen zu öffnen. Klicken Sie zum Hinzufügen einer einzigen Sitzung auf die Schaltfläche Neue Sitzung. Geben Sie im angezeigten Modal den Namen, das Sitzungsdatum und die Uhrzeit, die Beschreibung und andere grundlegende Informationen zum Ereignis ein. Felder mit Sternchen sind obligatorisch. Das Agenda-Feld bezieht sich auf die Agenda-Funktion in der Ereignis-App und wird verwendet, um die Sitzung der entsprechenden Tagesordnung zuzuweisen. Wenn das Ereignis virtuell oder hybrid ist, scrollen Sie zum Live-Stream-Abschnitt, um Streaming einzurichten, und denken Sie daran, Änderungen nach dem Aktivieren zu speichern, um auf zusätzliche Einstellungen zuzugreifen. Interne Links bietet Links zu Event-App-Funktionen wie Sprecher- oder Sponsorprofilen innerhalb der Sitzung. Fügen Sie externe Links hinzu, liefert Links für Websites, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus der Sitzung. Aktivieren Sie die Interaktion der Teilnehmer während der Sitzung in der Sitzung der Teilnehmer Engagement aktivieren. Aktivieren Sie die benutzerdefinierte Registerkarte aktivieren, um eine Website in die Sitzung einzubetten. Wenn Sie vor Ort die Teilnehmer in dieser Sitzung bei ihrem persönlichen Ereignis überprüfen, konfigurieren Sie die Optionen im Abschnitt Sitzung. Begrenzen Sie die Anzahl der Personen in einer Sitzung oder in der engen Einschreibung in die Sitzung vollständig mit dem Anwesenheitsmanagement. Stellen Sie den Teilnehmern innerhalb der Sitzung mit Anhängen-Folien-Decks und anderer Ressourcen zur Verfügung. Klicken Sie nach Abschluss auf die Schaltfläche Änderungen speichern. Informationen zum Importieren mehrerer Sitzungen gleichzeitig finden Sie im YouTube-Kanal von Webex-Ereignissen. Nun, lassen Sie uns das Management der Sitzung untersuchen. Auf der Seite der Sitzungen finden Sie eine Liste von Sitzungen und Informationen darüber. Abhängig vom Setup finden Sie Namen, Ort, Datum und Uhrzeit, Tracks, zugewiesene Agenda, Check-in-Status und Anwesenheit. Wenn die Ereignis-App aktiviert ist und vor Ort nicht ist, gibt es auch Informationen zum SSI-MU-Live-Status. Die Liste der Sitzungen verfügt über Tours, mit denen Sie nach bestimmten Sitzungen sortieren, filtern und suchen können Agenda-Funktion. Verwenden Sie die Suchleiste, um mit Namen nach Sitzungen zu suchen. Verwenden Sie das Sechs-Punkt-Symbol, um in Ihrer bevorzugten Reihenfolge gleichzeitig zu ziehen. Um einzelne Sitzungen zu aktualisieren, klicken Sie auf den Sitzungsnamen, um das Modal zu öffnen und Änderungen vorzunehmen. Die Liste der Optionen variiert je nach aktiver Funktionalität und kann Optionen für das Check-in-Sitzungssitzung, die Sitzungsteilnehmer, die Verwaltung der Tagesordnung, das Herunterladen von Sitzungsmetriken, das Exportieren von Sitzungsinformationen und das Löschen der Sitzung enthalten. Um mehrere Sitzungen gleichzeitig zu verwalten, überprüfen Sie die Kästchen neben den Sitzungen, die Sie verwalten möchten, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Beschriftung, Name Speicherort, um alle Sitzungen auszuwählen. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol neben der Suchleiste, um auf die Optionen zuzugreifen. Weitere Informationen zum Verwalten von Sitzungen finden Sie im Wissensbasisartikel. Verwalten Sie Sitzungen in Ihrer Veranstaltung.